Ich bin direkt von der Cambridge Police Station, hier gehts richtig ab. Ich bin direkt von der Cambridge Police Station, hier geht es richtig ab. Ich bin direkt von der Cambridge Police Station, hier geht es richtig ab. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Äh, was ich will? Ich versuche nur hier draußen zu überleben, so wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Natürlich. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Wir brauchen Verbündete. Keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Ich helfe euch weiterhin. Aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Ganz richtig. Je mehr wir wissen, desto besser können wir helfen. Also gut. Ich bin Paladin Danz von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Natürlich. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Ja, cool. Das heißt, eine Rupenlinie. Dann werden wir hier. Ah, mir ist wohl rein da, wa? In die Hölle. Cools abschießen. Oh, oh. Mir macht mein Rechner hier komische Sachen gerade. So, erstmal lassen. Ich kann euch mit dem Steck und den Steck. Ich kann mich nicht mehr drücken. Ich kann mich mit dem Steck und den Steck und den Steck. Ich kann euch liebern und das machen. Ich kann euch nicht mehr drücken. So, lass mich zufrieden. Okay. Du willst doch keine Gules dort. Ah, das kann man, du! Eindrufst in Brandenburg! Ich erkläre vielleicht humaner, dir einfach den Matenschuss zu verpassen. Du bist so ein Katz, das gut erwähnt, Störf. Hör auf, rot zu zerstören. Ich verlieh' den Karten. Alles weglooten hier. Da hinten ist ein Zeichen. Ich wollte die Tür nach draußen gucken. Tut mir leid wegen den anderen. Das ist ein Schwenkpenn. So, jetzt kommen wir hier weiter. Dann geht's wieder raus, nach Cambridge. Ich dachte, jetzt müssen wir hier drinnen noch die Polizeistation klären. Aber wohl doch nicht. Schade aber auch. Tja, gibt's nur so viel zu entdecken. Boah, das ist meistens ein Break wieder. Tja, ich zeig eh meistens nur die Kämpfe. Und ja, der Rest ist eigentlich nur fast nur noch hergelaufen. Und halt gelooten. Ich finde die Kämpfe ganz interessant. Ganz cool eigentlich. Ganz gut.